Fast in jeder Flotte einer großen international operierenden Fluggesellschaft sind Flugzeuge aus der A320 oder auch 737 Familie oder eine Kombination aus beidem das absolute Arbeitstier. Fast zumindest. Das ist nicht bei jeder Fluggesellschaft so. Bei Singapore Airlines beispielsweise, da ist das Arbeitstier sicherlich die 777. Genauso bei Emirates, da gibt es nun mal kein A320 oder eine 737. Logisch also, dass das da nicht so sein kann. Aber wenn es um eine Kapazität rund um 170, 180 Sitzplätze geht, dann ist 737 A320, das ist da schon recht alternativlos. Auch deswegen, weil Konkurrenz aus dem fernen Osten noch nicht so wirklich bei den Fluggesellschaften angekommen ist. Dass die Dinger so alternativlos sind, das war aber selbstverständlich nicht immer so. Und genau deswegen reden wir heute mal über einen bestimmten Flugzeugtypen, der lange Zeit eben genau das war. Das absolute Arbeitstier in der Flotte, aber eben auch über einen Flugzeugtypen, der jetzt leider schon bald komplett von der Bildfläche verschwinden wird. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. American Airlines, die größte Fluggesellschaft der Welt, hat jetzt ganz offiziell die Termine für die letzten regulären Passagierflüge mit ihrer alten MD-80 angegeben. Genau dieses Flugzeug war eben lange Zeit deren Arbeitstier und nicht die 737 und schon gar nicht der Airbus A320. So und jetzt kommt diese Nachricht selbstverständlich nicht überraschend. Es war klar, dass American Airlines die MD-80 komplett ausflotten wird im Jahr 2019. Zum aktuellen Zeitpunkt hat man auch nur noch gut zwei Dutzend Maschinen von diesem Flugzeugtyp in der Flotte und man hatte mal über 370 Stück davon. Mit anderen Worten, bei dieser Fluggesellschaft wird der Flugzeugtyp bereits seit Jahren kontinuierlich ausgetauscht, kontinuierlich ersetzt durch neuere Maschinen. Und jetzt ist lediglich der Tag bekannt, an dem der wirklich letzte American Airlines MD-80 Passagierflug stattfinden wird. Das ist der 4. September 2019. Dort wird die Maschine, die letzte Maschine, passenderweise mit der Flugnummer American 80 von Dallas nach Roswell fliegen. Und da wir über diesen Flugzeugtypen eh so wahnsinnig selten sprechen, beziehungsweise eher gar nicht drüber reden, dachte ich mir, das sollten wir an dieser Stelle mal tun und wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen was an zur MD-80. Beziehungsweise wir fangen an mit der DC-9, mit dem Vorgänger der MD-80 und dafür müssen wir zurückgehen bis in die 1960er Jahre. Und dass es in diesem Zeitraum im zivilen Flugzeugbau etwas anders aussah als heute, das muss ich hier wahrscheinlich niemandem sagen. Also ein Airbus-Boeing-Duopol, das gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ganz im Gegenteil, es gab den Flugzeughersteller Airbus noch nicht einmal. Verkehrsflugzeuge wurden zu dieser Zeit in den Vereinigten Staaten für die gesamte Welt produziert. Und in Russland, da baute man die Dinger auch noch, dann aber hauptsächlich für den eigenen Markt. McDonnell Douglas, ein amerikanischer Flugzeugbauer, war zu dieser Zeit einer der größten Flugzeughersteller der Welt. Und deswegen gehörte zu deren Aufgabe auch das Bauen von Flugzeugen, mit denen dann hoffentlich jeder oder jede Fluggesellschaft irgendetwas anfangen kann. Und wie eben schon angedeutet, das Ganze jetzt in den 1960er Jahren, da war die Auswahl an modernen, jetgetriebenen Passagierflugzeugen für die Fluggesellschaften noch nicht so wahnsinnig üppig. Also hier war noch viel Potenzial, viel Luft nach oben. Selbst eine Boeing 737 gab es zu dieser Zeit noch nicht, die kam erst 1968 bei den ersten Fluggesellschaften an. Gerade für die kürzeren Strecken gab es Anfang der 1960er Jahre für die Fluggesellschaften so gut wie gar nichts. Eigentlich gab es nur die französische Caravelle, die auch mehr oder weniger erfolgreich war, die da aber ja schon fast so von der Technik her ein bisschen in die Jahre gekommen war. An vielen anderen Maschinen hingen dann noch Propeller dran, an vielen anderen Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen. Und diese Propeller hingen dann aber doch eher selten an fortschrittlichen modernen Turboprop-Triebwerken. Da waren die Russen damals sehr stark, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Also es gab einfach noch nicht so wahnsinnig viel. Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing entwickelte dann zu dieser Zeit die Boeing 727. Die hatte ihren Erstflug im Jahr 1963 und das ist ein wirklich leistungsfähiges, dreistrahliges Verkehrsflugzeug, mit dem sehr viele Fluggesellschaften wirklich etwas anfangen konnten. McDonnell Douglas, beziehungsweise damals nur Douglas, machte es ähnlich, produzierte ebenfalls ein ähnliches Flugzeug, nutzte für ihre etwas kleinere Douglas DC-9 allerdings ein Triebwerk weniger. Die Douglas DC-9 war der direkte Vorgänger der McDonnell Douglas MD-80. Kürzen wir das an der Stelle mal so ein bisschen ab. Die Boeing 727 und auch die Douglas DC-9, das waren zu dieser Zeit beides erfolgreiche Flugzeuge. Die eine Maschine ist ein bisschen größer für knapp 130 Passagiere, die andere Maschine ist ein bisschen kleiner für bis zu 90 Passagiere. Und so entwickelte sich mit diesen beiden Maschinen in Kombination mit den schon vorhandenen größeren Passagierflugzeugen der beiden Hersteller Boeing und Douglas 707 und DC-8 ein erstes, eine Art Portfolio an jetgetriebenen modernen Passagierflugzeugen, auf das die Fluggesellschaften an dieser Stelle zurückgreifen konnten. Die Douglas DC-9 verkaufte sich dann in den nächsten 20 Jahren fast 1000 Mal, wurde immer und immer wieder verlängert, auf zuletzt dann knapp 40 Meter und schrieb somit das erste erfolgreiche Kapitel der MD-80 Geschichte. Dieses Flugzeug, die MD-80, war jetzt nämlich eine nochmals verbesserte, nochmals verlängerte, moderne Version der Douglas DC-9. Boeing baute zu dieser Zeit mit der Boeing 737, mit den letzten Versionen der 737-200, ein für die Kurz- und Mittelstrecke durchaus sehr taugliches Flugzeug in dieser Zeit. Allein von der 737-200 baute man über 1000 Exemplare. Und eine von den Fluggesellschaften geforderte, nochmals vergrößerte Kapazität bei solchen Flugzeugen verlangte jetzt von der MD-80 eine Rumpflänge von deutlich über 40 Metern. Die DC-9 bzw. MD-80 hatte nämlich ein großes Problem. Und zwar ist der Rumpf dieser Flugzeuge vergleichsweise schmal. Bei der Douglas DC-9 bzw. MD-80 passen nämlich nur 5 Sitze in einer Reihe und nicht 6, wie beispielsweise bei der 737. Also um hier auf die gleiche Kapazität zu kommen, das muss die MD-80 dann alles mit der Rumpflänge wieder rausholen. Die ersten fertigen Maschinen der MD-80 Flugzeugfamilie, genauer gesagt Maschinen vom Typ MD-81, ging dann Anfang der 1980er Jahre an die Fluggesellschaften Swissair und Austrian Airlines. Und auch American Airlines gehörte dann recht schnell zu den größten Kunden für diesen Flugzeugtypen. Die kauften 67 mal die MD-82 und unterzeichneten dann auch nochmal 100 Optionen für diesen Flugzeugtypen. Die MD-81 sowie auch die MD-82 bzw. MD-88, das sind alles Flugzeuge mit einer Rumpflänge von über 45 Metern. Damit ist die MD-80 nochmal gut einen halben Meter länger als heute beispielsweise ein Airbus A321, was für die längeren Versionen der MD-80 auch eine Passagierkapazität von knapp unter 180 Sitzplätzen ermöglicht. Die Reichweite beträgt je nach der Version der MD-80 ungefähr 2800 bzw. 3800. Bei der MD-83 mit einem nochmals erhöhten Abfluggewicht auf dann etwa 73 Tonnen, das ist in etwa A320 Größenordnung, kommt man dann sogar auf eine Reichweite von 4700 Kilometern. Aber damit bringen wir auch schon mal einen ganz wichtigen Punkt in die Runde und zwar A320 bzw. viel früher natürlich auch noch die Boeing 737. Da gab es ja noch andere Flugzeuge in dieser Größenordnung neben der MD-80, die auch stetig in einem ordentlichen Tempo weiterentwickelt wurden. Boeing brachte in den 80er Jahren mit der 737-300 die neuen und modernen CFM-650 Triebwerke unter ihr Flugzeug. Das sind Triebwerke mit einem vergleichsweise großen Nebenstromverhältnis, die die 737 zu diesem Zeitpunkt sehr viel effizienter, aber auch sehr viel leistungsfähiger gemacht haben als Konkurrenzmodelle. So, aber ein ganz wichtiger Punkt ist vor allem, das war für jeden Passagier merkbar, für jeden Fluggast, der am Flughafen stand, merkbar. Das Flugzeug war deutlich leiser als das Vorgängermodell. Die MD-80 mit ihren Triebwerken da hinten am Heck vom Typ JT-8D, die man in ähnlicher Form ja schon von der 737-200 jahrelang kannte, die machte jetzt natürlich weiter ordentlich Lärm. Und spätestens ab dem Jahr 1987, als der A320 dann in diesem Kapazitätsbereich dazukam, da war McDonnell Douglas mit der MD-80, was den Entwicklungsstand der Flugzeuge anging, auf jeden Fall das Schlusslicht in der Runde. Ein nicht zu unterschätzender großer Druck bzw. eine große Anspannung war beim Flugzeughersteller McDonnell Douglas die ganzen 80er Jahre über also auf jeden Fall da. So, jetzt hatte man aber dem europäischen Produkt gegenüber natürlich durchaus ein Heim und auch ein Zeitvorteil. Große, vor allem amerikanische Fluggesellschaften, die die Boeing 737 nicht oder nicht nur in der Flotte als Arbeitstier nutzten, hatten dafür eben die MD-80 und setzten diese Maschine auf eben genau allen Strecken mit bis zu 4000 Kilometern ein. Wichtiger Punkt also, die Alternative zur Boeing 737 war zu dieser Zeit auf gar keinen Fall der Airbus A320. Der kam ja erst wenig später und brauchte dann auch noch ein paar Jahre, bis er so wirklich ins Rollen kam. Aber die Alternative war zu dieser Zeit zur 737 auf jeden Fall die MD-80. Und so war es dann ja auch bei American Airlines, die die MD-80 eben als genau das, als Arbeitstier nutzten. Und zu den eben bereits erwähnten, anfangs bestellten 67 Maschinen vom Typ MD-82 gesellten sich dann bei American Airlines über die ganzen Jahre nochmals 200 weitere Maschinen, die man dann nochmals fest bestellt hatte. Und auch noch mal 100 weitere Maschinen, die man durch Übernahmen und Fusionen von anderen Fluggesellschaften mit zu American Airlines brachte. In den 80er und 90er Jahren passte das gerade für den amerikanischen Markt ziemlich perfekt. Von so ziemlich jedem kleinen, aber auch jedem großen Flughafen, großen amerikanischen Flughafen, war immer irgendwann mal eine MD-80, irgendeine amerikanische Fluggesellschaft auf dem Weg zu einem nächsten kleinen, aber auch großen amerikanischen Flughafen. Ein richtiger Shuttle-Verkehr eben. Deswegen war die MD-80 bei Delta zum Beispiel, das sogenannte Delta Shuttle. In den 90er Jahren, als Airbus dann Stück für Stück auch am amerikanischen Markt mit dem A320 endlich Fuß fassen konnte und Boeing mit der 737-NG gerade dabei war, ein Konkurrenzprodukt auf Augenhöhe zu entwickeln, da war der Zeitpunkt gekommen, an dem McDonnell Douglas aus dieser ganzen Entwicklung, aus dieser schnell voranschreitenden Entwicklung, Stück für Stück ausstieg und immer weiter zurückfiel. Die MD-80 Flugzeugfamilie hatte sich über die Jahre zu einem der erfolgreichsten Flugzeugtypen dieses Flugzeugherstellers entwickelt, wurde dann aber schneller abgelöst, als es dem Flugzeughersteller natürlich, aber auch den Fluggesellschaften lieb war. Denn während die MD-80 pro Flugstunde etwa 4 Tonnen Sprit verbrauchte, benötigten die neuen und modernen Flugzeugmodelle von Airbus und Boeing, also der A320 auf der einen Seite, die 737-NG auf der anderen Seite, die dann kurze Zeit später kam, die benötigten knapp eine Tonne weniger pro Stunde. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. McDonnell Douglas brauchte spätestens jetzt endlich mal neue Motoren an ihren Flugzeugen und sie mussten irgendwie Modernisierung in diese Maschinen bekommen, in die Kabine, ins Cockpit, aber auch in das gesamte Flugzeug an sich. Und so brachten sie im Jahr 1995 den Nachfolger der MD-80. Das war die MD-90. Und dieses Flugzeug hier scheiterte jetzt dummerweise an der grundlegenden Konstruktion der Maschine. So große Triebwerke wie Airbus und Boeing sie unter den Tragflächen ihrer Flugzeuge anbringen konnten, also Triebwerke mit einem großen Nebenstromverhältnis, die dann aber dafür auch immer und immer schwerer wurden, trotzdem deutlich effizienter waren als die Vorgängermodelle. Das war für die McDonnell Douglas Maschinen natürlich nichts, denn da hinten am Heck, da mussten die Triebwerke auf jeden Fall so klein und so leicht wie möglich bleiben. Also ein großes Nebenstromverhältnis, das war hier einfach nicht möglich, das konnte man so nicht realisieren. Hätte man die Dinger da hinten dran geschraubt, dann wäre das Flugzeug ganz automatisch von alleine aus allen möglichen Schwerpunktbereichen rausgefallen. Gleichzeitig war der mittlerweile wirklich sehr lange, aber trotzdem immer noch sehr schmale Rumpf, weder attraktiv für die Fluggesellschaften, noch attraktiv für die Passagiere, die in diesem Rumpf durch Unwetter oder sonst was fliegen mussten. Man war mit diesem Flugzeugtypen jetzt also tatsächlich an einem Punkt angekommen, an dem man einfach nicht mehr so weiterentwickeln konnte, wie es Airbus und Boeing getan haben. Der europäische Flugzeugbauer sowie auch Boeing, die haben einfach das bessere Flugzeug gebaut. Die konnten hier in der Entwicklung einfach weiter vorangehen, während McDonnell Douglas an einer Stelle stehen geblieben ist, weil es nicht mehr weiter ging. Die nur 117 Mal produzierte MD90, sowie auch die etwas später dazugekommene MD95, die den Kapazitätsbereich dieser Flugzeuge nach unten hin noch einmal abrunden sollte. Nach der Übernahme durch Boeing war das übrigens die Boeing 717, die wurde knapp 160 Mal produziert. Diese beiden Flugzeugtypen hatten nur sehr kurze Zeiträume, in denen sie wirklich in irgendeinem Bereich besser funktioniert haben als Konkurrenzmodelle von anderen Herstellern. Naja und heute? Heute sind diese Flugzeuge einfach alt. Bei American Airlines aktuell noch bis zu 30 Jahre, bei Delta ist die MD80 noch bis zu 32 Jahre alt. Und die Dinger werden jetzt Stück für Stück ausgetauscht gegen die Boeing 737, in ihren verschiedensten Versionen, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Kapazitätsbereichen oder eben gegen die A320 Familie. Die deutlich kleinere MD87, beziehungsweise die eben auch schon angesprochene Boeing 717, das sind natürlich Flugzeuge, die man jetzt sehr gut durch die C-Series, beziehungsweise den A220 ersetzen kann. Und so endet hier an dieser Stelle, beziehungsweise in den nächsten Monaten, in den nächsten paar Jahren tatsächlich die Geschichte eines doch durchaus wirklich erfolgreichen Flugzeuges, einer wirklich erfolgreichen Flugzeugfamilie. Von Beginn der Produktionszeit der DC-9 bis zum Ende der Produktionszeit der Boeing 717 sind 41 Jahre vergangen. Und in diesen 41 Jahren baute man in allen möglichen Versionen von diesen Flugzeugen 2438 Exemplare. Also es ist ein erfolgreiches Flugzeug, aber ein Flugzeug, das jetzt auf kurz oder lang von der Bildfläche verschwinden wird, weil es einfach an irgendeinem Zeitpunkt vor knapp 20 Jahren hängen geblieben ist. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wie immer ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen mit den Super 80s, vielleicht in Amerika oder wie auch immer, einfach mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.